Das Schoki-Duell. Let's get ready to Schoki! Ja. Crazy. Ein bisschen. Normal halt. Normal. Warum spawnen wir eigentlich immer nebeneinander, Jan? Ich weiß nicht. Ich spiele ein, ich spiele zwei und ich bin die dritte. Das ist immer der Vorteil für Giz, ne? Dass wir uns schon mal ne Schelle geben am Anfang. Geh weg. Ich werde hier für den Wald. Nein! Geh doch mal mit den beiden. Scheiße. Richtig schlecht getimt. Aua. Die Bombe! Au! Und mein Tod. Ja, ihr wollt auch die Schokolade. Nein! Meine Waffe! Das ist meine Scheißwaffe. Willst du mit dem Speer? Ja! 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 Gött euch, ey! Ich spiel mir extrem Twister. Oh Mann! Ich bin kurz zu breit. Lass mich doch... Nein! Warum bin ich jetzt immer in der Mitte? Savage! Gute alte Suddensteiger. Ich glaube ich bin eben schon. Ich bin wieder! Ich will nicht! Aua! Ich hab doch was noch in die. Ist ja auch gut so. Mehr brauchst du auch nicht. Genau wie es. Du hast den Skill. Du hast nicht mal finishen können. Das war kein Job. Uuuuh! Obst du? Ja! Hat er! Ah! Nein, ich meinte andersrum. Als ich jetzt darüber geprügelt hab. Ganz ehrlich, immer diese Verbrüderung, ne? Sobald jemand noch ein Leben hat. Das ist echt widerwärtig. Ja, du wirst aber die meisten kriegen. Du wirst aber dein zweites noch werden wie am 1. Oktober. Ja, weil ihr euch immer gegenseitig auf die Fresse gebt. Jo. Dir tut mir das leid. Du könnt doch von ein paar anderen dich prügeln, wenn du das willst. Also, war ja auch kein Problem mit. Ihr könnt auch einfach mal weniger lappen und euch nicht immer killen lassen wie so zwei Polyjobs. Oder mal Charaktere mit mehr Verteidigung spielen. Können wir nicht einfach drüber reden? Du wirst doch immer weg, wenn du keine Waffe hast. Ja! Nein! Es macht genug, wenn du keine Waffe hast. Oh, shit. Woah. Nein! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.